Musik Musik So und zum Schluss der Serie machen wir noch zusammen die Hochzeitsfrisur von Bella Dazu muss ich erstmal die Frontpartie also mein Pony und auch das Deckhaar kletten, wenn ihr wollt könnt ihr auch alles kletten das sehe ich jetzt aber nicht für nötig und danach teile ich mir einen kurzen Scheitel ab, also nur bis zur Hälfte vom Kopf und der Scheitel kann ruhig so einen leichten Bogen haben, wie ich das jetzt hier auch habe also Bella trägt keinen geraden Scheitel Dann teile ich mir eine ganze Partie ab wie ihr hier seht bis zur Schläfe circa, weil das wird am Schluss der geflochtene Zopf und den stecke ich mir jetzt ganz kurz weg, damit ich die restlichen Haare wegpacken kann und wir uns ganz ruhig dem kleinen französischen Zopf widmen können keine Angst, es wird nicht so aufwendig ich zeige es euch auch in langsamem Tempo ihr teilt euch oben erstmal das Deckhaar ab von dieser Partie und unterteilt das wiederum in drei Strähnen. Ihr fangt mit der vorderen Strähne an, legt sie über die Mitte dann die hintere wieder drüber und dann wenn ihr wieder die vorderen nach hinten nehmt dann sucht ihr euch Strähnen also nehmt Haare dazu von vorne wie ihr hier seht zu dieser Strähne, die ich jetzt nach hinten gelegt habe und sucht mir aber auch schon diese Strähne raus die später dann das Gesicht umrahmen soll und dann wieder hinten drüber hinten Haare dazu also ein französischer Zopf ganz normal und dann schon die letzte Haarsträhne dazu das war's schon und da auch wieder die Haare rauszupfen die nachher das Gesicht umrahmen und dann ganz schlicht und einfach ganz normal runterflechten bis ihr so weit seid dass ihr es auch noch zusätzlich um euren Hinterkopf wickeln könnt also immer mal wieder testen zwischendurch und damit der Zopf gleich dick aussieht von Anfang bis Ende könnt ihr das auch noch so ein bisschen rauszupfen, wie ich das jetzt hier mache wenn ihr dann am Ende angekommen seid nehmt ihr einen kleinen dünnen Haargummi am besten in eurer Haarfarbe die restlichen Haare alle jetzt nach hinten nehmen zu einem lockeren Pferdeschwanz und dann auch noch auf der rechten Seite an der Schläfe ein paar Haare rausholen die dann letztendlich auch wieder neben dem Gesicht später das Gesicht umrahmen die restlichen Haare dann nochmal mit einer Bürste nach hinten nehmen das könnt ihr jetzt auch relativ straff machen weil wir werden das später wieder ein bisschen ja Volumen werden wir später dann noch wieder dazu geben ihr könnt auch gern toupieren wenn ihr wollt das habe ich jetzt nicht gemacht wenn ihr den Zopf dann angezogen habt könnt ihr mit einem spitzen Kamm oder einem Stift irgendwas dünnem die Haare wieder so leicht rausziehen also das Deckhaar dann gibt es oben wieder richtig schön Volumen wie ihr seht und Bella hat auch über dem Ohr die Haare etwas angelockert damit es die Ohren leicht verdeckt und jetzt ein kleiner Trick mit dem Pferdeschwanz die obere Hälfte also das Deckhaar einfach weglegen und unten festziehen somit bleibt oben das Volumen da und unten sitzt der Zopf dafür aber auch richtig schön fest dann hat Bella hier so eine eine Kerbe kann man sagen in den Haaren deswegen nehme ich einfach genau in der Mitte ein paar Haare ziehe die nach hinten und stecke die mit einer kleinen Haarklammer fest auch wieder am besten in eurer Haarfarbe über dem Ohr bleiben die Haare locker und oben die Haarkrone bleibt auch locker dann machen wir weiter mit den restlichen Haaren hinten die werden ganz schlicht und einfach ganz normal geflochten also immer in drei Strähnen außen nach innen bis ihr dann unten an den Spitzen angekommen seid und da nehmt ihr auch wieder einen dünnen Haargummi den man eben so gut wie nicht sehen sollte den Zopf könnt ihr noch etwas auseinander ziehen damit er ein bisschen voluminöser wird und wie ihr seht ich lege es einmal um den Zopf oben rum und die Spitzen dann drunter also ihr habt praktisch dann einen Kreis dann zupfe ich das noch so ein bisschen zurecht und insgesamt mit vier Haarklammern oder fünf Haarklammern habe ich dann den Dutt festgesteckt wie man so einen Flechtdutt macht dazu habe ich schon ein extra Video gemacht könnt ihr euch nochmal angucken ich werde es in der Infobox verlinken jetzt den Zopf zuerst nach unten und dann über den Dutt legen also dass er wirklich so einen Bogen macht und dann könnt ihr den Haargummi entfernen damit ihr das Ende der Haare besser verstecken könnt und wie ich es hier jetzt mache verstecke ich die Spitzen ganz einfach unter dem Dutt dann das Ganze noch mit zwei Haarklammern feststecken einmal die Spitzen und dann auch die Form dass der Zopf wirklich zuerst so nach unten geht zum Schluss kletten wir dann noch diese Strähnen die wir vorhin aus dem Zopf herausgeholt haben die umrahmen jetzt das Gesicht und machen das Ganze sehr sehr romantisch und verspielt ihr könnt sie auch locken wenn ihr wollt aber Bella hat es halt geklettet und die Strähnen sollten auch wenn es geht nicht zu lang sein und dann natürlich das Accessoire schlechthin dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht das werde ich euch in der Infobox verlinken als auch ein Fertional und dann auch das Ganze in der Infobox verlinken und dann auch ein Fertional Untertitelung des ZDF, 2020